Die Karriere des erstgeborenen Sohnes von Königin Margret war von einem skandalösen Privatleben geprägt, über das wir einen Überblick geben. Die angebliche reibungsträchtige Freundschaft zwischen dem seit fast zwei Jahrzehnten verheirateten Federico von Dänemark, 55, und der Mexikanerin Genoveva Casanova hat einen Skandal ausgelöst. Aber es ist nicht das erste Mal, dass das dänische Königshaus, das zu den konservativsten des alten Kontinents gehört, die sentimentalen Schwankungen des Thronfolgers mit Sorge beobachtet. Der erstgeborene Sohn von Königin Margarete und ihrem Ehemann Prinz Heinrich von Dänemark hatte schon immer den Ruf eines Rebellen, Abenteurers und Frauenhelden. Mit seiner ersten Freundin, einer Schulkameradin namens Emmy Egmont, hielt er es nur zwei Nachrichtensendungen lang aus. Danach ging er mit einer schönen Brünetten namens Nina Klinker-Jorgensen aus, die er an der Universität von Aarhus in Dänemark kennenlernte, wo er Politikwissenschaften und sie Jura studierte, aber die Beziehung ging in die Brüche, als sie beschloss, sich dem Film zu widmen. Da Prinz Charming der Meinung gewesen sein muss, dass ein Nagel einen anderen Nagel ergibt, begann er schnell eine Affäre mit dem Model Marlo Armund, die noch verheiratet war, obwohl sie sich in einem Scheidungsverfahren befand, als sie ihn kennenlernte. Als sie 1992 gemeinsam Silvester feierten, wurde sie von der Polizei verhaftet, weil sie ohne Führerschein und unter Alkoholanfluss mit ihrem Freund mit hoher Geschwindigkeit gefahren war. Als der Fall bekannt wurde, stellte das dänische Parlament die Frage, ob der Parteiprinz auf seine dynastischen Rechte verzichten sollte. Das dänische Königshaus entschuldigte sich daraufhin und schickte Frederik zum Studium in die USA. Doch das hielt den goldenen Junggesellen der königlichen Familie, der wegen seiner Vorliebe für Geschwindigkeit den Spitznamen Prinz Turbo trägt, nicht vom Feiern ab. Seit 1994 ist er mit dem dänischen Model Katja Storholm Nielsen zusammen, die Anfang 1996 ihren Beruf aufgab, um Telefonistin zu werden, und ihre Liebesgeschichte mit Federico nur wenige Monate später beendete. Man sagt, dass es ihre Mutter, Königin Margret, war, die die Affäre zwischen Federico und Katja beendete, als sie erfuhr, dass das Mädchen fast nackt für eine Dessous-Marke posiert hatte, so meinte Alfageme gegenüber der Zeitschrift Epoca. Federico fand dann Trost bei der dänischen Popsängerin Maria Montell, die von seinen Eltern nie akzeptiert wurde. Kurios, das Paar lebte sogar gemeinsam in der Privatwohnung des Prinzen im Königspalast von Kopenhagen. Wir gehören zwei verschiedenen Welten an, die schwer miteinander zu vereinbaren sind, sagte sie nach dem Ende der Beziehung, die 1998 stattfand und offenbar friedlich verlief. Eine der meistdiskutierten Beziehungen des ältesten Thronfolgers Europas war jedoch die mit der Designerin Bettina Ojedung. Der Grund dafür? Einige Aufnahmen einer jungen Frau, die sich oben ohne auf dem Deck eines Schiffes zeigt und mit dem Prinzen einen Urlaub an der Côte d'Azur verbringt. Die Veröffentlichung wurde zum Gegenstand eines landesweiten Skandals und zog den Zorn des Chefs des Fürstenhauses, Pertornit, auf sich, der klar erkannte, dass die Fotos ein unüberwindbares Hindernis darstellten, wenn es darum ging, aus Bettina eine künftige Gemahlin zu machen, von den Clubs zum Altar. Und so kamen wir zu den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000. An einem Abend, an dem sich mehrere Prinzen in einer Cocktailbar trafen, stellte ihr Freund Philippe VI, der zu seiner Zeit in Sachen Vergnügungssucht nicht weit zurücklag, ihm Mary Donaldson vor. Die australische Anwältin überwand die Hindernisse, die sich ihr in den Weg stellten, die weite Reise, die sie unternommen hatte, um ihr Land zu verlassen und sich mit ihrem Vater in London niederzulassen, und den Widerstand von Königin Margaret, der es nicht gefiel, dass das Mädchen eine bürgerliche war. Im September 2003 gab das dänische Königshaus bekannt, dass die Königin beim nächsten Staatsrat ihre Zustimmung zur Heirat von Kronprinz Frederik mit Mary Donaldson geben würde, und im folgenden Monat wurde die Verlobung offiziell bekannt gegeben. Seit dem Sommer bereitete sich Mary auf die Rolle der Prinzessin vor, erklärte Consul Lofon damals. Er zog in eine Wohnung in Kopenhagen, in der Nähe von Schloss Amalienborg, der Residenz der königlichen Familie, fand einen Job in einem dänischen Technologieunternehmen und begann zusätzlich zu den Intensivkursen für Dänisch, Kurse für protokollarisches Verhalten unter Mitgliedern der königlichen Familie zu belegen. Anschließend erhielt er die dänische Staatsbürgerschaft, sodass er seinen australischen Pass aufgeben musste. Die Hochzeit fand am 14. Mai 2004 im Kopenhagener Dom statt, nur eine Woche vor der Hochzeit von Felipe und Letizia. Von heute an gehört Maria mir, und ich gehöre ihr. Ich liebe sie und werde sie von ganzem Herzen beschützen. Ich werde alles tun, damit ihr euch in eurem neuen Land zu Hause fühlt. Du gibst mir Sicherheit, Freude und Glück. Ich liebe dich, Maria. Komm schon, lass uns gemeinsam gehen, sagte er in seiner Hochzeitsrede. Angesichts der Gerüchte, die besagen, dass er seine Frau mehrmals betrogen hat, könnte man meinen, dass diese Worte von ihm etwas übertrieben sind. Ich blege schön, dass sie für ihn und erinnere, um gerne allesbetten z unloadge obsolete. Und am 2 Middchen そorta sie virzelt. Und das Bobnie wird da, kann ich dir erzählen. Wir sollten die wenigstens aufzunehmen kommen, dass er die Hölle nur einen Balkan daran verhindern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020